Ich bin nicht 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 Oh, hi Hallo Lass ihn dir den Arm weg Aber sie töten während sie blühen Ich hab sie töten während sie blühen Oh, hallo Bam Bam Sie hat einfach nur zuguckt Ja, was machen sie denn da Schön, da wird einer verprügelt Soll ich schon eingreifen Tod Man hat gesagt, man soll sich nie mit fremden prügeln Dann lassen wir das besser machen Oh Kaliber, Munition Ja Da lang Mach doch die Tür mal lang Ah, schneller auf Ja, das ist echt Oh, guck mal, das ist die Zielscheibe Bam Oh, was gibt's auf den? Ja Krasser Scheiß Man müsste jetzt auch spinnen, Fischer achten Ja, aber ich bin wieder nicht Ich auch Man ist relativ schnell wieder drin Ja, guck mal was Ja, der von 5 Feuer komplett Und der war schwerer Ja Weil halt irgendwie Ich komm da Hat er 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 Mal Zu Lass Bin Du Na Mal Wieder Mutieren Wups Hast du noch In Ich hab ein Ich hab noch Ich hab noch No Noch 5 Stück vier Stück warum hilft das nicht zwei Stück also aber langsam ne anscheinend nun kennt das Video wenn ich wusste wo so ein Typ hingeht so ein Kängurier ein Schläger Batz äh kann sein ich habe die Frage könnt ihr das Video gibt ja nicht mehr im Stück oder im Laden mach die hier mit Stücken ich bin hier ich bin tot jetzt bin ich tot ich habe den hinter dir erschossen ja da gibt es nämlich ein Video da greift so ein Känguru ein Hund an da siehst du so einen Typen der dann so sagt ey lass den Benno und dann geht bitte den Känguru und ich klatsch ihn ein und dann ist das gerade nicht au erstaunt ist das kängurus das ist ein bello drüber geht hin was ist das kängurus guckt mir so doch was ist jetzt passiert ich habe mir verbrühten warum schlägt der mich dann ich krieg noch mehr weiter wie das bau kommt und nehmen wir zu bau kommen wir gehen genau du bist jetzt bello bin ich bello du bist jetzt bello ich bin eher wohnen was ist mit dem auskommen komm es ist ja brandgefährlich das war so ein tisch weg wollen ich mag kein alkohol weg damit ja ja weil jetzt nicht mehr ich habe gerade aufgeräumt wir eigentlich haben wir das wohl gemacht und auf und durch und zu heute kommen wir guten tag guten tag mein namens muss sein darf es auch als waffe ja erstmal ist daneben geschossen für mich ich wollte eigentlich jetzt hierher gehen wo sind die kinder laut ähm ey ich steck fest ich steck auch fest hier los das sieht ja aus toll geil aber die verbindung wird grad scheiße ich stehe ich kann bist du wieder da ja ich spreche wieder da das ist ja lustig weil du hast gerade auch im test irgendwie so wie so ein roboter bei mir echt immer noch naja nicht mehr und wir was nämlich schon mal nur als festgestreckt du hast vielleicht war da ja scheiße müssen wir auf other schießen wir haben das kumige viel hier also das tut aber sie kriegst du nicht außer jetzt natürlich was sind das die denn verdammt sie spielt mit uns keine Ahnung keine Ahnung wie schnell man sein kann oder muss die steht am Fenster wir gehen durchs Fenster und auf einmal ist die Polbar direkt ne Zauberin Magi 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 ja Magi sie setzt Magi an und den Zauberknopf fix oder so in die keine Ahnung bläb bläb durch mutter дет und die knappisch Knappisch achte jetzt auch noch im ausdrücken was haben die mit ihren fix haben dann ist voll verwahrlos die benutzen echte ist nur zu facken kankenscheine 20 schuss ich werde die waffe erstmal nicht benutzen ich werde jetzt die pistole benutzen damit ich wieder für maschinengewehr was bekommen ja ich hätte auch gern hier habe ich Fertigkeitspunkte kommen sie mal herrmampel herrmampel okay komm 3 gegen 2 im nahkampf attacke ok der fiel ist mit dem oh wird geschlagen bleib lieb bam bam so können wir auch wieder hin ansonsten nur Brücke das ist echt so ich habe keine Ausnahme bam das ist auch keine Ausnahme da habe ich wieder aufladen das tritt ja nur zu wie so ein Mädchen bei mir dann habe ich gehört ich habe die Auffassung die Schüttel doch als Prozent und so mit so einem Kiegel ich muss mich nicht stört die Prozent mit ich bin aber auch mal herzlichen aber er geht dann bis zu von uns zu schluss erstaunlich die Bedeckung und die Bicht alter mit Landrägen woher kommen er geht da jetzt ich bin ich bin mal kann abwerber das gleiche ich hab's gleich ein viertel hier mann noch ein bisschen alles nur ein bisschen hab ich und schluss ach so ist ja ganz schlimm aber nicht wie nehmt ich habe es wieder nicht gesehen deswegen ich muss zugeben ich habe es in dem ich habe das viele gar nicht gesehen aber ich habe es jetzt was möchte das mal dran vorbei 5.000 Fertigkeitspunkt. Und trotzdem will ich auf diesen Kriegs einsetzen, ne? Nö. Weil ich das, was ich bisher habe und nicht zufrieden bin. Joa, ich auch. He, he, he. Oh, jetzt bin ich. Oh, Gott. Nein, ich kann keinen Krall aufnehmen. Ich kann kein Muni aufnehmen. Ähm... Lenkgranate wegwerfen. Munition. Munition, die ich schaffe, erstmal nachladen. Ey, aufhören. Hm? Sorry. Ähm... Sorry. Kommt das mal da rein, dann kann ich das nicht machen. Ist du bereit? Moment, ich will mich erstmal komplett heilen. 5-2. So, ich habe noch ein paar gefilten eigentlich noch, aber egal. das... ein Teil, ne? Aida! Sie kriegen wohl nie genug, was? Ihre gesamte Einheit ausgelöscht. Schon wieder? Bei so einer Bilanz möchte ich ganz bestimmt nicht zu ihrem Team gehören, Chris. Ignorieren Sie sie, Kevin. Aber eigentlich sollte ich dankbar sein, wo ihre Männer doch so hervorragende Versuchskaninchen abgegeben haben. Seit damals in Edonia wollte ich sie erledigen. Aber hier geht's nicht um Rache, sondern um Gerechtigkeit. Das war's, Aida. Ja genau, das stimmt. Der Raketenstart vom Flugzeugträger steht bevor. Raketen? Die Straßen voll mit Toten. Déjà-vu, Jungs. Raccoon die Zweite. Aber diesmal... nicht nur eine Stadt, sondern die ganze Welt. nicht. Du hast nicht erwischt. Hut ab. Doch jetzt gibt's kein Zurück... mehr. Verdammt! Was zur Hölle? Sieht wie ein anderer Strang aus. Und zwei Fee? Nehmen Sie, was übrig ist. Wir bringen es zur Analyse ins HQ. Hier ist Alpha Leader. Brauche Bericht zu verlorenen Schiffen. Sofort! Die Stadt ist gefährdet und wir haben keinen Kontakt zu lokalen Einheiten. Wir brauchen Zeit. Die haben wir nicht. Der Terrorangriff war nur eine Ablenkung. Der echte Angriff verbreitet den Virus weltweit. Was nun? In den hinteren Hangar. Dort müssen ein paar Flugzeuge stehen. Ja, Sir. Ich frag mich her, wie sie das überlebt hat. Das ist die Frage, wann spielt das, ne? Das spielt ja vorher, weil sie sagen halt, dass sie tot ist. Sie dann... Wem? Was haben wir doch gesagt, dass Ada tot ist? Ne, weil, äh, Lyon hat sie ja eigentlich gelassen. Ja, zu Lyon, meine ich. Sagen sie das doch wohl auch nicht. Keine Ahnung. Ich hab mich daran erinnert, dass er irgendwie gesagt hat, dass sie tot ist, Ada. Sehen wir später. Dann war Lyon traurig und dann hat er sie wieder gesehen. Ja, aber das hat sich verdient, wenn sie jetzt tot wäre. Ja, wenn sie schon. Warte mal, hier ist was. Ich glaube, es ist dann vorbei, wo wir hin müssen. Okay, wir brauchen drei verschiedene Codes. Aha, also. Ähm, aber das muss... Einen Code habe ich hier, aber den kann ich nicht aufnehmen. Das muss ich immer fragen. Was ist das denn? Ja, genau. Ist das dein Kopf auf? Sind das nicht die Unsterblichen? Ah, voll. Wird auch zu einer. Haben die Alien geguckt? Die Entwickler, oder was? Oh man. Hier, Fusskanadwerfer. Ich glaube, die sind unsterblich, also bringt das nicht viel. Die müssen schnell die Codes besauen. Einfach durchlaufen. Damit kann man sie aufhalten, aber nicht töten. Dann besorgst du, ich halte sie auch. Ich lenke sie ab. Ich lenke sie aber auch wirklich ab. Ich habe nie so viele Schüsse. Komm ich nicht durch? Ja, du musst ja nicht, äh... Obwohl, vielleicht können sie doch sterben. Ich kann mal... Zack, der Philipp. Piranien, okay. Ich muss schauen, wo es lang geht, weil hier überall Gas ist. Alter! Ich brauche dann Hilfe, um weiterzukommen. Also, die können doch sterben, wenn man oft noch mit dem Kanadwerk verlegen kann. Okay. Oh! Oh! Kriegern gemacht. Ähm... Ich habe jetzt einen einzigen Einstamm. Ein Sack, Herr Peter! Prost, ja! Liegt hier. Aber, äh, lebt halt noch mal. Du kriegst nicht kaputt gemacht. Außer... Bah! Ja, die können dir nichts antun, wenn sie liegen. Hängt mit Zeit ab. Munition! Herr Ver... Fehlers aufgegriffen. Und auf... Auf. их auf geht. Έntuto?